Ey, kennt ihr das Leute, wenn man etwas macht, etwas plant und man denkt, man ist voll gut dabei, man hat alles bedacht und dann am Ende eine Sache auffällt, was das Ganze komplett über den Haufen wirft. Mir ist das gerade passiert, beziehungsweise letzte Woche. Für die, die es nicht wissen, ich spiele privat sehr gerne und sehr viel Rocket League. Ich meine, ich spiele Rocket League schon seit 2015 und bin auch seit Season 3, Epic Games leider, Grand Champ. Und das auch durchgehend. Ich werde aber nicht besser. Und das Problem ist halt, ich bleibe immer bei Grand Champ 1. Wenn ich mal gute Tage habe, bin ich auch mal Grand Champ 2, aber sonst immer Grand Champ 1. Durchgehend, ich komme nicht hoch. Und das Ganze liegt tatsächlich an der Controller-Belegung, meiner Tastenbelegung. Denn diese Belegung stammt noch aus Silber-Zeiten von Season, was weiß ich. Ich habe das nie geändert. Ich habe das irgendwann mal custom-mäßig gemacht, wo ich dachte, ach, das passt, damit kann ich umgehen. Und seitdem nicht geändert. Ich bin zwar beeindruckt. Ich bin zwar beeindruckt.